Hey Leute, willkommen zurück. Schön, dass ihr wer da seid. Heute wollen wir uns einmal etwas anschauen und zwar 8 Charts that will change the way you see dating. Ein sehr interessantes Video von dem Channel LoveMadeLogical kann ich nur empfehlen. Der macht sehr gut wissenschaftlich basierte Sachen und er hat die 8 Charts für uns mitgebracht. Das coole ist, viele dieser Daten basieren auf diesem Buch Dataklysmus, das ich auch selber gelesen habe von Christian Rudder. Und Christian Rudder, das ist einer der Gründer von OKCupid, wenn dir das nicht bekannt ist, ist es eine der ersten Dating-Seiten im Internet, die dann später auch von der Match-Gruppe aufgekauft wurden. Die Match-Gruppe hat unter anderem Tinder und eigentlich alle anderen Online-Dating-Apps außer BumbleBumble ist da relativ eigenständig. Und das ist natürlich sehr interessant, weil das bedeutet, dass wir hier die Daten, tatsächliche Daten, auf denen wir oder von Grundlage deren wir eine gute Aussage machen können, haben von einer Dating-App mit ganz, ganz vielen Datenpunkten. Und wenn du nicht verstehst, was das bedeutet, viele Datenpunkte, das bedeutet einfach, dass viele Leute, das Verhalten von vielen Leuten hier beobachtet wurde. Und natürlich ist es wunderbar, das Verhalten von Leuten im Online-Dating-Kontext zu beobachten, weil dort sind die Leute anonym unterwegs. Wenn du zum Beispiel Leute auf der Straße draußen fragst nach ihren Meinungen, dann wirst du natürlich andere Ergebnisse bekommen, weil Leute, die auch mal Antworten geben werden, Stichwort soziale Erwünschtheit, das ist ein Konzept aus der Psychologie, werden dir auch mal Antworten geben, die einfach sozial erwünscht sind. Sowas wie, okay, man muss ja jetzt das sagen oder das klingt sehr blöd, deswegen sage ich das lieber nicht, sonst stehe ich in einem schlechten Licht da. Das Ganze ist natürlich weniger vorhanden auf Online-Dating-Plattformen, denn da machen Leute einfach, was sie machen wollen, zeigen einfach ihr Verhalten. Und deswegen ist es ganz wunderbar, wenn man dort Daten herbekommt, das sagt dann tatsächlich ziemlich viel. Und weil dieser Betreiber von OKCupid natürlich einen riesen Haufen von Daten zur Verfügung hat, nämlich alle Daten der gesamten App, wissen wir auch, dass was auch immer hier rauskommt, relativ zuverlässige Ergebnisse sind. Denn je mehr Daten du hast, je mehr Datenpunkte du hast, desto zuverlässiger ist die Aussage, die du letztlich darauf treffen kannst. Das ist natürlich sehr wissenschaftlich, was wir hier vorlesen haben, oder was heißt sehr wissenschaftlich, extrem wissenschaftlich. Wir können uns hier Verteilungen angucken und das ist sehr, sehr interessant. Aber ohne weiteres Reden starten wir mal in das Video und das ist auf Englisch, aber wir werden uns hauptsächlich sowieso die Charts angucken, die ihr hier präsentiert, weil das Ganze sehr interessant ist. Fakten, die du verstehen musst, nachdem du das Dating nie wieder gleich siehst. Standard Bell Curve. This is a chart showing how men perceive women's attractiveness. Looks pretty normal. Ja, wir sehen hier also eine Kurve, wie Männer auf diesen Apps die Attraktivität von Frauen bewerten. Und wir sehen hier Person of People und wir sehen hier die Perceived Attractiveness, also die wahrgenommene Attraktivität von 1 bis 5. Und was wir hier sehen, das hat er auch gerade gesagt, ist eine relativ normale Verteilung. Normale Verteilung sieht immer so aus, dass sie in der Mitte den höchsten Peak hat. Wenn du jetzt guckst, wie es Intelligenz verteilt, Intelligenz ist auch normal verteilt, dann wirst du hier in der Mitte den größten Peak haben und hier zu den Seiten flacht das ein bisschen ab. Man sieht natürlich, dass hier schon eine Überlappung auf der linken Seite ist, was bedeutet, dass mehr Männer hier Frauen etwas unattraktiver als die Mitte eingeschätzt haben. Und man sieht hier, dass eine Frau als eine 4 oder eine 5 eingeschätzt wurde von Männern, ist doch sehr unwahrscheinlich. Und wieder hier, wir haben große Datenpunkte, das ist zum Beispiel aus diesem Buch Dataklysmus des OKCupid-Gründers. Viele Datenpunkte, anonyme Daten, wunderbar. So die Wahrnehmung von Männern gegenüber Frauen, was die Anziehung angeht, auf Online-Dating-Apps. Ja, da ist die Bell-Kurve, die Normalverteilungskurve. Ja, also ein bisschen nach links gerissen, so wie ich es gerade erwähnt habe. Natürlich wäre sonst der Durchschnitt in einer kompletten Normalverteilung eine 3. Aber die größte Rating wäre 3. 8% sind über die 4 und 17% sind unter die 2. Alles ziemlich normal. Normal. Und hier ist es, wie Frauen die Männer vertreten. Das ist natürlich sehr interessant hier an der Stelle. Also ich gar nicht, das ist jetzt gar keine Wertungssache. Ich finde einfach nur, dass es Daten sind, die uns sehr, sehr viel sagen und die sehr interessant sind. Also wir sehen hier, das ist unsere Kurve, wie Männer Frauen wahrnehmen. Und hier sehen wir, wie Frauen Männer wahrnehmen. Wir werden das ja gleich sehen. Er wird uns gleich zeigen, wo die Mitte ungefähr liegt. Aber die müsste natürlich hier ungefähr irgendwo liegen. Das bedeutet einfach, die Aussage ist relativ klar, dass die meisten Frauen, wenn sie jetzt die meisten Männer auf Dating-Plattformen sich angucken, die als unterdurchschnittlich attraktiv wahrnehmen. Es ist also sehr schwer für dich als Mann hier auf einer Online-Dating-Plattform eine Wahrnehmung zu erhalten, die über einer 3 ist. Sehr, sehr schwierig. Und das zeigt uns wieder, dass Online-Dating vielleicht einfach nicht der beste Weg ist, um, wenn du als Mann eine Frau kennenlernen willst, um da dran zu gehen. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Gründe für. Aber das ist natürlich ein schönes Beispiel. Wir werden sicherlich über das Video hier und da noch ein paar andere Punkte sehen. Sehr, sehr interessant. Ja, also er sagt hier, wenn man es auf Intelligenz-Kurzernel übertragen würde, dann, weil in dem gleichen Bereich, die Leute, die hier liegen würden, in dem gleichen Bereich bei IQ, wären also Leute, die unter 90 liegen vom IQ her, haben gewisse Gehirnschädigungen, sagt er in diesem Fall. Zum Beispiel kannst du als, ich korrigiere mich, wenn ich falsch sage, aber ich glaube mit 85er IQ kannst du nicht mehr bei McDonalds arbeiten, weil die Abläufe zu komplex sind zum Beispiel. Also das ist wirklich, wenn jemand eine IQ hat, der hier in dieser Range liegen würde. Dieses Mal ist es die IQ, wir sehen hier, das ist die IQ. Dann, ja, ist das ein bisschen schwierig für die Personen am Arbeitsmarkt. Genau, hier erklärt er nochmal ein bisschen, was ich auch gerade erklärt habe, dass der Gründer der OKCupid hier ist und dass OKCupid eben Teil der Match-Gruppe ist. Match.com und Tinder give us a lot of... Und hier auch sehr interessant haben wir zwei weitere Verteilungen, auch wieder von den Online-Dating-Plattformen, das heißt auch wieder sehr, sehr tolle und zuverlässige Daten. Ja, ihr seht das hier ganz auf der rechten Seite nicht wegen meinem Kopf, ist aber auch nicht schlimm. Hier sehen wir auf Match.com und Tinder, Tinder eher eine Casual-Dating-Plattform und hier haben wir die gleiche Verteilung, die wir gerade gesehen haben, was die Attraktivität angeht. Aber wir sehen hier auf Match.com, was wahrscheinlich, so genau kenne ich die Plattform nicht, das ist eher eine amerikanische, eher eine Plattform ist, wo Frauen wohl auch hinkommen, um irgendwie Leute für langste Beziehungen zu suchen. Und hier sehen wir, die Verteilung ist ein bisschen anders und das ist das, was gerade der Kollege hier gesagt hat. Das ist wahrscheinlich auch nur für kurzzeitige Geschichten gilt, diese Daten, die wir gerade gesehen haben hier. Und Match.com als Gegenbeispiel, wo Frauen tatsächlich Männer relativ normal einschätzen, beziehungsweise hier sieht es fast so aus, als hätten wir die ziemlich genau gleiche Einschätzung, die wir bei Männern für Frauen hatten, die wir da auf der ersten Chart gesehen haben. Sehr interessant. Was uns das hier also sagt, zumindest ist das die Aussage des Videoproducers hier, wenn die Aussagen so weit hinkommen, dass wir sagen, okay, Tinder ist eher so eine Casual-Dating-Plattform, genau wie OkCupid und Match ist eher eine für langfristigere Geschichten, dann würde das natürlich bedeuten, dass Frauen Männer für kurzfristigere Geschichten in der Attraktivität deutlich, ja, ich sag mal, deutlich enger bewerten. Das wäre das, was wir hier ausziehen können. Okay, die Frauen sollten hier, so wie die Männer dann hier haben das auch gemacht, die sollten hier diese sechs Kategorien bewerten und sagen, also oben ist Physical Attractiveness, also wie physisch attraktiv jemand ist und sollten eben sagen, wie wichtig das Ganze im Dating-Kontext ist. Das ist Ambitionen, Intelligenz, in gleiche Interessen, Sincerity, sowas wie Ehrlichkeit und dann halt Spaß. Genau, das ist sehr interessant hier, also wir sehen hier die Stated Preferences, das seht ihr hier nicht, also das hier auf der linken Seite sehen wir die Präferenzen, wie Frauen geantwortet haben, was ihnen wichtig ist. Hier würde man sehen, dass Intelligenz für Frauen am wichtigsten ist, danach käme irgendwie was, ja, Spaß, Interessen und physikalische Attraktivität sind dann ungefähr hier auf gleicher Größe. Und hier drüben sehen wir, was wirklich oder wie die Frauen dann wirklich ausgewählt haben. Das ist das Gleiche, was ich eben erzählt habe, das ist das Gleiche, das ist das Schöne, wenn man Daten hat aus einer Online-Dating-App. Hier kommen die Daten von einer Speed-Dating-Studie, das gucken wir uns dann mal an, weil dann hast du genau das, ne? Dann siehst du, was die Leute wirklich machen und guckst dir nicht an, was die Leute sagen, weil was die Leute sagen, ist nicht, was die Leute machen, weil hier haben wir wieder das Konzept der sozialen Erwünschtheit. Hier wird natürlich anders geantwortet, als es eigentlich ist. Es kann auch sein, dass die Leute, und das will ich nur kurz hier an der Stelle sagen, das ist kein Frauending, das ist auch ein Männerding, nur haben wir, sehen wir ja die Charts der Frauen. Das haben die Frauen dann gesagt und das haben die Frauen dann gemacht hier auf der rechten Seite und das ist ganz normal für Menschen. Manchmal sind wir uns nicht bewusst, warum wir etwas oder wie wir etwas auswählen. Manchmal haben wir aber auch dieses Phänomen der sozialen Erwünschtheit, was ich bereits erwähnt habe, wo wir einfach nicht schlecht darstellen wollen und deswegen andere Antworten geben. Wir sehen hier zum Beispiel Physical Attractiveness, physische Aktivität, hier nicht der größte Faktor, der ist eigentlich Intelligenz. Witzigerweise ist Intelligenz hier bei, was man wirklich auswählt, ziemlich klein. Das Einzige, was kleiner ist, ist Ehrlichkeit. Hier, das seht ihr nicht, weil ich das verdecke, ist Spaß. Spaß ist ungefähr so groß, wie es hier ist, aber wir sehen, die physikalische Attractiveness, also wie gut man aussieht, ist hier der größte Punkt. Also das haben die Frauen am wichtigsten genommen bei der eigentlichen Auswahl. Dazu will ich aber einmal sagen, so gut wie die Daten sind, die wir hier bei manchen Charts sehen, zum Beispiel die hier, weil die wirklich aus einem riesen Pool an Daten von einer Online-Dating-App kommen, sehr zuverlässige Daten. Natürlich kann man auch da nur, wenn man ganz fair ist, Aussagen fürs Online-Dating ziehen. Du kannst ja nicht Daten aus einer Online-Dating-App holen und dann sagen, oh, das ist genauso im echten Leben. Natürlich können wir davon ausgehen, dass es sich ähnlich verhält, aber das ist eben nicht die Schlussfolgerung, die wir ziehen können. Das ist die Studie, aus der das kommt, was wir uns hier gerade oder was wir hier jetzt gerade sehen. Und das Interessante für mich, ich habe jetzt keinen vollen Zugriff auf die Studie, weil ich nicht über meinen Uni-Zugang gerade eingeloggt bin. Was immer interessant ist bei Studien und da muss man tatsächlich gucken, also wenn jemand dir irgendwie ein Video zeigt und der sagt dir, boah, guck dir diese krasse Studie an, dann musst du halt immer gucken, okay, gibt es noch mehrere Studien, die das gezeigt haben, wir wollen jetzt hier keine riesen Analyse machen, aber was man sich auch immer angucken kann, eine der einfachsten Sachen, die auch oft hier verfügbar sind, ist, wie viele Leute wurden denn da getestet. Leider haben wir es hier bei das Datenset nicht drin. Speed-Dating-Experiment ist von Kegel.com Okay, wir können ja einmal schauen. Das ist immer ein bisschen schade, dass man dann hier, dass man dann hier, oh, ist das die gleiche Seite oder was? Oh, es ist die gleiche Seite, okay. Okay, und das Datenset haben wir hier, Input, Output. Ah, man kann hier ein Datenset runterladen, interessant. Das, ach ne, okay, man muss sich registrieren. Na gut, okay. Aber was ich einfach sagen wollte, ist, dass man, wenn man sich so eine Studie anguckt, wenn man daraus irgendwas ziehen möchte, das kann ich euch nur empfehlen, dass man sich auch anguckt, wie viele Leute denn da untersucht wurden. Das sage ich ja bei dem Online-Dating-Kram, das sind sicherlich Daten von hunderttausenden Leuten, sehr zuverlässige Daten. Das hier mag ein bisschen anders aussehen. Wir sehen das hier leider nicht. Wir sehen hier leider nicht, wie viele Leute hier denn eigentlich untersucht wurden. Und das macht das Ganze halt so ein bisschen, ja, es könnten ja auch sein, dass es nur zehn Leute waren. Und dann sind die Daten halt nicht sehr zulässig und nicht sehr aussagekräftig. Deswegen ist das interessant, um sich das anzugucken. Aber ich würde hieraus keine übergreifenden Schlussfolgerungen ziehen, außer man hat A, sehr viele Leute in einer Studie und B, sehr viele Studien, die das Ganze dann, oder das heißt sehr viele, auf jeden Fall einige Studien, die die gleiche Richtung gezeigt haben. Aber ansonsten ist es eine interessante Entdeckung, aber sicherlich nicht etwas, was man auf den generellen Markt, also was man auf den Markt übertragen kann, auf den gesamten Dating-Markt. Für alle, die jetzt mit Daten nicht vertraut sind, ein Korrelationskoeffizient von Punkt 8 ist sehr, sehr gut. Das bedeutet einfach, wenn hier eine Eins stände, wenn das Eins wäre, das wäre eine perfekte Korrelation, das würde bedeuten, dass diese Linie hier noch viel gerader wäre. Und das bedeutet halt einfach, wenn die physikalische Anziehung, also wenn die physikalische, wenn das Aussehen steigt, dann steigt damit gleichzeitig auch die positive, also hier steht positive Responsrate, also die Rate, zu der Personen positiv auf die andere Person reagiert haben. Das heißt dann einfach, das würde dann einfach heißen, je besser, umso besser. Und je höher diese Zahl hier vor dem Komma ist, desto besser ist dieser Zusammenhang. Wenn jetzt zum Beispiel die Zahl hier, die erste Zahl in dem Komma, das Ganze geht von 0 bis 1, ja, und wir sehen hier, wir haben 0,8, also 80 Prozent, wenn du auch so möchtest. Wenn wir hier eine sehr geringe Zahl hätten von zum Beispiel, wenn hier eine Eins stände statt eine Acht, dann würde das eben bedeuten, dass es da keinen wirklichen Zusammenhang gibt. Das heißt dann, dass, wenn die physikalische Anziehung oder die physikalische Aussehen steigt bei einer Person, steigt nicht auch gleichzeitig die positive Rückmeldorate, könnte man sagen. Also das bedeutet einfach, je hübscher die Person, desto mehr positives Feedback hat sie bekommen. Und dieser Zusammenhang ist sehr, sehr stark, zumindest in dieser Studie. Ja, das ist jetzt kein wirklich nützlicher Vergleich, aber die Korrelation zwischen IQ und wie gut man den Tests abschneidet, ist 0,5,4, was auch schon eine starke, das ist auch schon eine gute Korrelation. Ah, und sehr interessant, hier haben wir jetzt, das ist auch wieder OKCupid-Data anscheinend, das ist natürlich was anderes. Hier haben wir wieder die Online-Dating-Daten und hier haben wir einen noch stärkeren Zusammenhang zwischen der physikalischen Attraktivität und der Antwortrate. Das ist natürlich etwas, was man ganz, ganz wunderbar auf den Apps untersuchen kann, weil die Apps natürlich ganz toll feststellen können, die haben ja alle Daten. Wenn du die App betreibst, kannst du natürlich sehen, wer am attraktivsten ist, weil du siehst halt, wer die meisten Nachrichten bekommt. Das ist ja ein ganz einfacher Zusammenhang. Offensichtlich sind die Leute, die attraktiver sind für das andere Geschlecht, die, die mehr Nachrichten bekommen oder öfter angeschrieben werden. Und wenn du das dann, ja, wenn du dann eine Korrelation, das, was wir hier gesehen haben, herstellst mit, wie attraktiv sind die Leute und wie viele Rückmeldungen haben sie bekommen, dann sehen wir hier, dass es auf Online-Dating-Plattformen noch extremer ist. Aber das haben wir auch schon so ein bisschen hinten gesehen, wo wir gesehen haben, dass es aussehen sehr, sehr stark ist. Sehr interessant hier auch die Daten, aber wie gesagt, das will ich nochmal dazu gesagt, das soll dazu gesagt sein. Wir haben hier gesehen, der Zusammenhang scheint trotzdem zu bestehen, aber hier haben wir halt ein einzelnes Studium. Dann schauen wir mal auf Chart Nummer 3. Another thing I think most people aren't aware of is the effect of attractiveness is exponential. The 2011 study, What makes people click, mate preferences and online dating, looked at various traits to see what makes people attracted to each other. The study separated the 22.000 participants' facial attractiveness into deciles of attractiveness, with the top 10% getting separated into two groups, giving the top 5% their own group. To no one's surprise, the study found attractive people were significantly more likely to receive messages and match requests, but the distribution was eye-opening. We see a steady climb in matches and messages as participants get more attractive until we get to the top 5%. Also die Aussage ist halt, dass Attraktivität, also die Attraktivität, wie du wahrgenommen wirst, das entwickelt sich exponentiell. Nochmal zum Vergleich nur, dass ich verstehe, wo der Unterschied ist. Das hier ist eine, das könnte man linear nennen, das ist auch eine Linie, linear. Das entwickelt sich, also man könnte sich das vorstellen, wenn das perfekt linear wäre, bedeutet, wenn hier eine 1 stehen würde, ich weiß, das wird ein bisschen statistisch jetzt, aber wenn hier eine 1 stehen würde und es wäre perfekt linear, dann wettest du hier halt eine ziemlich gerade Linie, die nach oben geht. Und das würde dann bedeuten, wenn du hier ein Kästchen hoch gehst, gehst du auch auf der anderen Seite ein Kästchen hoch. Das ist linear. Linear bedeutet, das eine erhöht sich um eine Einheit, das andere erhöht sich um eine Einheit quasi. Und exponentiell ist eben genau das Gegenteil. Exponentiell ist das hier. Also hier könnte man ja noch argumentieren, das ist fast linear und hier wird es dann exponentiell. Exponentiell bedeutet, je mehr, desto mehr. Das ist der Zinseszinseffekt, wenn du so möchtest. Und wir sehen halt hier, dass die, die am attraktivsten wahrgenommen wurden, auch die besten Bewertungen bekommen haben. Das heißt, wenn du in den oberen Kategorien bist, dann ist das Ganze noch viel hilfreicher für dich. Ich würde gerne nochmal sehen, wo hat der, das haben wir aus der What Makes You Click Studie, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, da auch wieder Zugriff, mal Zugriff auf viele, meistens Zugriff auf die Einleitungen. Dann kann man sich die Daten angucken. Ah, siehst du hier, das ist genau das, worauf ich rede. Wenn man sich die Studien anguckt, guckt man sich sicherlich das an. Unsere Daten bestehen sozusagen aus Datenpunkten von Online-Aktivitäten von ungefähr 22.000 Usern auf Online-Dating-Plattformen. Siehst du also auch sehr zuverlässige Daten, da kann man wieder gute Aussagen draus ziehen. Und was dir das hier einfach zeigt, ist, wie wichtig tatsächlich Aussehen ist. Ich komme gleich noch zu diesem Aussehenspunkt und was dann sicherlich die Schlussfolgerung daraus ist. Aber okay, interessant. Hautstress? Erstmal ein bisschen Werbung gucken, erstmal gucken, was hier Jogi Löw auch macht. Das erinnere mich immer an meine Lieblingswerbung, die ich immer aktuell sehe, nämlich die, wo Ralf Schumacher kommt. Ja, ich springe ein bisschen vor, dann kann ich das gleich zeigen. Das ist auch sehr interessant. Das kommt aus der gleichen Studie hier, der What Makes You Click-Studie. Sehr viel Daten, sehr gut. Und zwar schaut man sich an, wie attraktiv macht dich ein gewisser Job. Und wir können hier sehen, ich weiß nicht, ob ich die Punkte hier noch ausfällt, aber ich weiß, was die Punkte sind. Das kommt aber gleich. Wir sehen hier, dass hier in der Mitte zum Beispiel sowas, also du siehst hier auf der linken Seite, wie viel Geld macht man in diesem Job. Und auf der unteren Seite siehst du, wie attraktiv macht dich dieser Job in den Augen der anderen Person. Und wir sehen hier so Computer Engineering und sowas, also Sachen, die, oder Wissenschaft, Sachen, wo man sehr viel Geld verdient, geben dir aber jetzt nicht so den Riesenboost. Dieser Punkt hier unten ist, wenn du arbeitslos bist. Das heißt, gegen Arbeitslosigkeit wurde verglichen. Ich glaube, da bin ich mir jetzt gerade nicht 100%ig sicher. Ist das hier der rein männliche oder die weibliche Betrachtung? Da müssen wir mal kurz reinhören. Sozialer Status. Okay, es geht hier tatsächlich um die wahrgenommene Attraktivität von Männern. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben hier Arbeitslosigkeit. Wir haben hier solche Sachen, wie das habe ich ja gerade schon gesagt, so Data, Science, Wissenschaft. Und hier haben wir Finance Accounting, wenn man in der Politik arbeitet. Alles, das sind alles Sachen, wo man relativ viel Geld kriegt, aber die nicht unbedingt mit einer höheren Attraktivität durch Status einhergehen. Hier haben wir, das kennt man sicherlich auch, wenn man mal mit ein paar Frauen gesprochen hat, sowas wie Law Enforcement, Firefighting, also ein Feuerwehrmann, Law Enforcement, irgendwas mit Gesetz. Hier ist Polizei. Also es ist alles hier in einem Ding. Und hier haben wir Unemployed. Und witzigerweise sind das hier, diese beiden Punkte sind Service und Hospitality. Ja, Service-Industrie ist sowas wie, ich glaube, wenn du Kellner bist oder so. Und Hospitality, das ist alles so eher so die sozialen Jobs, würde ich sagen, die hier unten liegen, die auch tatsächlich schlecht bezahlt werden, obwohl man natürlich sehr wichtige Arbeit leistet. Aber die tatsächlich dann Attraktivität als Mann sogar verringern hier in dieser Studie durch diese Datenpunkte. Und dann haben wir hier oben eine Ecke. Und da dürft ihr gerne einmal raten, was da oben in der Ecke ist. Ich glaube, viele Leute würden vielleicht sagen, sowas wie ein Arzt. Da oben ist tatsächlich... Okay, also da oben ist Anwalt. Das heißt, Anwalt ist hier oben, ist hier auch tatsächlich mit dem meisten Geld verbunden. Das heißt, hier kann man auch so eine lineare Entwicklung sehen. Es ist schon so, dass wenn du mehr Geld verdienst, dass es attraktiver ist. Wobei, das ist wahrscheinlich ein selbstständiger Anwalt, weil 110.000 als Anwalt, Data... Das ist schon ein sehr hochgesteckter Anwalt. Ich glaube, du kannst in der Mitte als Anwalt auch deutlich weniger verdienen. Aber auch sehr interessant, nicht nur aus dem Machtunterschied, sondern auch dein Status. Ah ja, das haben wir auch schon mal gesehen. Das ist auch wieder aus diesem Buch hier, Dataklysmus. Ich kann es nur begrenzt empfehlen, muss ich sagen. Es ist nicht unspannend, aber es gibt ein paar Daten über Dating und dann gibt es Daten über andere sehr langweilige Sachen. Deswegen kann ich es eigentlich nicht so richtig empfehlen. Und was wir hier sehen, ist Online-Dating, wieder OkCupid-Daten. Wie interessant findet das jeweilige Alter das andere Alter. Und wir sehen hier, das ist die blaue Kurve für Männer und Männer über alle Altersspann. Wenn ein Mann 33 ist, so müsste man das lesen, du siehst es hier auf der weißen Linie, wenn ein Mann jetzt 33 wäre, dann würde er halt immer noch hier unten die 20-jährigen Frauen attraktiv finden. Also was man hier für die Männer sieht, ist, dass Männer jeden Alters immer die ganz jungen, die 20-jährigen Frauen am attraktivsten finden und am interessiertesten an ihnen sind. Und für Frauen sieht man, dass Frauen immer einen Mann bevorzugen, der ungefähr genauso alt ist wie sie, bis hier 32. Und dann dreht es sich hier bei den Frauen so ein bisschen ab ungefähr 39, wo Frauen dann auch Männer hauptsächlich interessant finden, die ein bisschen jünger sind als sie. Also sehr, sehr interessant, was wir hier sehen. Es ging aber generell hier in seiner Aussage darum, wie, also den Graphen ablesig, hätte ich auch schon mal gesehen, wo man dann davon spricht, oh, der Mann hier hat hier oben seinen Höhepunkt sozusagen. Das wäre dann hier bei 38. Das ist tatsächlich eine Grafik, die nicht mit Daten belegbar ist. Und wir haben hier eine interessante Grafik von OkCupid wieder, die Online-Dating-Daten wieder. Dass hier sozusagen die, hier sind die Punkte, wo ein Mann die meisten Interessen, also wo ein Mann am interessantesten ist für die meisten durchschnittlichen Frauen. Also wir haben das hier einmal bei 25, dann haben wir es hier bei 28 und hier nochmal so grob bei 30, 31 vielleicht. Und dann siehst du, fällt das Ganze hier ein bisschen ab. Für Frauen, das haben wir eben schon mal gesehen, haben wir hier die 20-Jährige, die auf jeden Fall, da hatten wir ja auf der Graphen davor schon gesehen, das ist für die Männer am interessantesten. Und das bleibt hier dann auch so. Und ja, dann sinkt das hier, genauso wie das hier bei den Männern sinkt. Bei den Frauen fängt es natürlich deutlich früher an zu sinken und bei den Männern hier etwas später an zu sinken. Also was hier seine Aussage ist, ist, dass diese Aussage hier, dass Männer hier mit 38 quasi am attraktivsten sind, falsch ist, sondern dass Männer eigentlich hier, so zeigen es uns die Datenpunkte, 26, 28, 30, 31 nochmal so ihre Höhen haben. Was bedeutet das jetzt für dich als vielleicht älterer Mann? Mittlerweile bin ich ja auch schon 31. Was man hier natürlich verstehen muss, ist, das sind immer, das ist der Mittelpunkt, das sind die Mitte. Das sind die Mitte aller Männer mit, keine Ahnung, 30, die Mitte aller Männer mit 35. Bedeutet einfach für dich, wenn du als, ich sag jetzt mal, 40-jähriger Mann noch irgendwie jüngere Frauen haben möchtest, dann kannst du es natürlich in der Mitte wirst du schwieriger haben, denn das ist ja das, was die Daten uns sagen. Die Daten sagen uns immer im Mittel. Das bedeutet, du darfst, wenn du das mit 40 machen möchtest, kein Mann aus der Mitte sein, sondern du musst dann schon ein Mann sein, der in den Ausreißern liegt, nämlich in den Ausreißern nach oben. Die gibt es natürlich trotzdem. Das ist wie, wenn wir uns jetzt mal Daten zum Rauchen angucken. Rauchen ist schädlich, aber es gibt auch die Ausreißer, die sehr viel rauchen und denen es gar nicht schadet. In diesem Fall musst du ein 40-jähriger Ausreißer sein. Das heißt, du solltest dich darum kümmern, dass du immer noch sehr gut aussiehst. Du solltest dich um dein Aussehen kümmern. Wir haben gesehen, wie wichtig das ist. Du solltest dich um deinen Status kümmern. Du solltest dich um deine Persönlichkeit kümmern, dass du ein interessanter Mann. Dass du ein Mann bist, der gut kommunizieren kann, dass du ein Mann bist, mit denen andere Leute mögen, der eine gute Freundesgruppe hat. Kurz gesagt, du musst dich sehr gut um dein Leben kümmern. Du kannst halt hier mit 40 nicht der durchschnittliche Typ sein, der irgendwie mit einem Bierbauch jeden Tag Fußball guckt und, keine Ahnung, in seinem Job hier in der Serviceindustrie arbeitet, als Kellner. Und dann gehst du nach Hause und trinkst ein Bier und guckst Fußball. Wenn du das mit 40 bist, dann wirst du sicherlich hier dieser Strich sein. Und dann hast du halt nicht mehr so viele Chancen hier. Das bedeutet das einfach nur, dass du musst dann zwangsweise zu einem Ausreißer, musst dann die Ausreißerkategorie etablieren. Deswegen ist es wichtig, das habe ich aber auch schon in anderen Videos gesagt, dass du dich als Mann einfach um dich kümmerst. Das ist ja auch für dich und deine eigene psychologische Gesundheit wichtig. Ich glaube, es ist irgendwie no-brainer, brauchen wir nicht wiederum reden. Das bedeutet, dass Männer zwei Präsenz haben, dass sogar Frauen beginnen, um ein bisschen jünger zu daten, weil sie besser in den Frauenhäumen sind. Aber diese, genau, das hatten wir ja gerade schon. Okay. Jetzt gibt es noch eine Sache in der What-Makes-You-Click-Studie, die ich euch zeigen möchte. Ja, wir schauen uns nochmal What-Makes-You-Click an. Wir schauen uns also nochmal diese Studie hier an. Ich fand das. Die Forscher haben gesagt, dass beide Männer und Frauenhäumen sind auf ihre eigene Größe. Basically, dass man sich eher weniger als eine Frau will, an average, dass man sich verletzt wird, als ein Mann von der gleichen Größe als sie. Und in eine ganz andere Kategorie, als Männer größer als sie. Ich glaube, das ist nicht zu sehr überraschend, aber hier ist etwas, was ich glaube, wird. Ja, das ist Männer's heighten für Frauen. Aside von being reversed, Männer preferen Frauen shorter als sie sich. Männer's heighten für Frauen sind ungefähr identisch zu Frauen's heighten für Männer. Das macht Sinn, wenn du darüber nachdenkst. Würdest du eine Mädchen 5 Inches taller als sie sehen? Ja, also wir sehen hier nochmal, das ist glaube ich etwas, was man irgendwie auch so ein bisschen, wenn man draußen rumläuft, sieht. Frauen preferieren eher Männer, die größer sind als sie. Männer eher Frauen, die kleiner sind als sie. Aber wichtig für Frauen ist auf jeden Fall, dass der Mann größer ist als sie. Und nicht so wichtig, dass er 30 Zentimeter größer ist als sie. Das heißt für Leute, wenn es um das Thema Größe geht, letztlich ist Größe ja so ein nicht veränderbarer Faktor. Von daher, das sind da Daten, die kann man sich angucken. Und dann kann man sie eigentlich links liegen lassen, weil die Frage, die du dir immer am Ende von solchen Daten stellen musst, ist, und was bedeutet das jetzt für mich praktisch in meinem Leben? Wenn du jetzt zum Beispiel die Daten zum Thema Rauchen anguckst und du siehst, Rauchen ist sehr schädlich für mich, dann musst du halt danach gucken, okay, was bedeutet das jetzt für mich in meinem Leben? Was ist die Handlung, die ich daraus ziehen möchte? Hör ich jetzt auf zu rauchen? Fange ich an? Was auch immer. Und die Daten, was die Größe angeht, denke ich, kann man fast links liegen lassen, weil du bist halt so groß, wie du bist. Was willst du machen? Okay, das ist jetzt nicht mehr ganz so relevant, aber das sind ja auch Daten, die, das sind ja auch absolut zuverlässige Daten, die, das sind ja absolut zuverlässige Daten, die verfügbar sind, wie viel Prozent der Scheidung werden von welchem Geschlecht ausgesprochen? Männer 31, Frauen 69, das weiß man ja, du siehst ja, wer die Scheidung einreicht, das sind ja einfach Statistiken, die wahrscheinlich in den Ländern vorliegen. Ich glaube, es ist jetzt für den Kontext nicht so super relevant, was man hier nochmal sieht, ist, dass es witzigerweise bei lesbischen Paaren genauso ist. Also lesbische Paare trennen sich, wo haben wir es, ich glaube hier nochmal, lesbische Paare trennen sich genauso häufig wie Frauen-Männer-Paare und männliche Paare, also schule Paare trennen sich genauso häufig wie Männer eine Scheidung einreichen. Also was wir hieraus schließen können, wir können die Erklärung hieraus nicht ziehen, aber was du jetzt aus diesen Daten sagen kannst, also ich bin immer ein großer Freund davon, und das hasse ich bei manchen Dating-Videos, die es heutzutage so gibt, die Leute ziehen immer Schlussfolgerungen aus irgendwelchen Bildern oder was auch immer, die man daraus überhaupt nicht ziehen kann. Also die Schlussfolgerung, die du hieraus ziehen kannst, ist, es scheint so zu sein, dass, warum auch immer, das wissen wir eben nicht, Frauen häufiger die Scheidung anreichen als Männer. Das sagt uns jetzt dieses Bild, woran das liegt, da müsste man dann im Einzelfall schauen, oder vielleicht gibt es dazu auch Studien, das sei jetzt hier mal dahingestellt. Aber ja, sehr interessant auf jeden Fall, also ich bin immer ein großer Freund davon, sich Daten anzugucken und aus Daten so ein bisschen Rückschluss auf sein eigenes Leben zu ziehen. Wie gesagt, das machen wir ja auch in großem Stil bei solchen Fragen, wie sollte man rauchen, ist Rauchen gesund, das sollte man bei ernährungstechnischen Fragen machen, welche Lebensmittel sind gesund, das wissen wir ja auch alles von Studien. Und Studien und Wissenschaft sind sicherlich nicht immer perfekt, da gibt es viele Problempunkte, aber es ist meiner Meinung nach die beste Annäherung an die Wahrheit, die wir so haben, der wir uns so bedienen können, das ist ja das Tolle daran. Und genau, ich habe gerade schon zum Thema Größe gesagt, was dann so ein bisschen das ist, was man daraus ziehen sollte, du kannst deine Größe nicht ändern, deswegen kannst du es auch so weit vergessen. Aber auch hier muss man sich natürlich fragen, und das möchte ich mit dir an dieser Stelle auch teilen, ich bin ein großer Fan, also natürlich, ich helfe dir darin, irgendwie Frauen. Also was mich erstmal daraus ziehen sollte, ist sicherlich, dass Online-Dating einfach nicht besonders erfolgreich und nicht besonders sinnvoll für die große Masse der Männer ist. Das heißt, wenn du Frauen kennenlernen willst und nicht weißt, wie du das machen sollst und Online-Dating für dich nicht funktioniert und du dann Unterstützung brauchst, dann kannst du dich gerne an mich wenden. In der Beschreibung findest du eine E-Mail-Adresse, da kannst du mir gerne mal eine Situationsbeschreibung deiner aktuellen Situation im Frauenthema schicken und deine Telefonnummer, dann können wir, oder dann werde ich mich bei dir melden und wir werden ein kostenloses und unverbindliches Gespräch ausmachen, wo wir einmal gucken, was ist deine Situation, wie kann ich dir helfen und dann schauen wir mal, ob wir beide zusammenarbeiten wollen. Denn die Lösung ist natürlich, dass du Frauen auf traditionellere Weise kennenlernst, ob das jetzt auf der Straße ist, wenn dir eine Frau gefällt, dass du die ansprichst oder im Freundeskreis oder in irgendwelchen Interessensgruppen, wo du dann beim Tennis spielen, was auch immer. Du wirst auf jeden Fall Fähigkeiten aus dem echten Leben brauchen, du wirst richtige Kommunikationsfähigkeiten brauchen, so wie es eben früher war. Denn wie du jetzt hier gesehen hast, an vielen, vielen Charts wird dir das nicht viel helfen, im Online-Dating unterwegs zu sein, gerade weil Aussehen hier stark, stark überbewertet wird. Das ist natürlich im echten Leben ganz anders, da kommen natürlich ganz andere Dinge zum Tragen. Du hast eine Ausstrahlung, wie du sprichst, wie du dich bewegst, was du sagst. Das ist alles irrelevant auf Online-Dating-Plattform, denn man sieht erstmal die Fotos und da ist der erste große Filter, durch den du schon teilweise gar nicht durchkommst. Das haben wir gesehen und das ist sicherlich eine der Conclusions der Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann. Wie gesagt, wenn es um das Thema Größe geht, kann man das Ganze sicherlich links liegen lassen, weil du bist halt so groß, wie du bist. Da muss man sich immer die Frage stellen, will ich daten oder will ich mich diesem Thema widmen oder nicht? Vielleicht sagst du ja auch, okay, irgendwie passt das alles nicht und ich glaube, ich kann da nicht erfolgreich sein und dann kannst du dich auch dafür entscheiden, zu sagen, okay, ich steige aus diesem ganzen Dating-Markt aus. Musst du ja auch nicht, das ist ja deine Entscheidung. Sei nur dir der Konsequenzen bewusst, dann bist du eben aus dem Dating-Markt ausgestiegen. Also ich bin ein großer Freund davon, ja, kluge Entscheidungen oder selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Ich bin aber auch ein großer Freund davon, sich bewusst zu sein, was das als Konsequenz bedeutet. Genau, das sehen wir hier. Also wir sehen, Aussehen ist sehr wichtig, wir sehen, Status ist sehr wichtig. Auch das sind sicherlich keine großen Überraschungen, aber es ist natürlich immer cool, das auch durch Daten belegt zu haben. Das heißt, kümmere dich als Mann um dein Leben, das ist auch keine große Neuigkeit. Kümmere dich darum, geh zum Sport, schau, dass du dich gut kleidest, schau, dass du deine Karriere, ob du jetzt selbstständig sein möchtest, ob du jetzt irgendwie studierst, ob du eine Ausbildung machst, was auch immer es ist, dass du das vorantreibst, dass du dein Leben gut in den Griff bekommst. Das sind sicherlich keine großen Neuigkeiten. Auch bei dieser Sache werden wir in gemeinsamen Coachings, wenn ich dich da begleite, natürlich, wenn wir uns diese Aspekte auch angucken. Aber jetzt bin ich auch zu deiner Meinung gespannt. Schreib mir mal in die Kommentare, was du dazu denkst, zu diesen ganzen Daten, die wir uns hier angeguckt haben. Was sind vielleicht für dich die Schlussfolgerungen daraus? Cool, dass du hier warst und wir sehen uns im nächsten Video.